Was verstehst du unter sozialen Medien? Ich verstehe darunter Medien, mit denen man sich austauschen kann, mit Freunden kommunizieren, einfach in Kontakt bleiben kann und Sachen auch miteinander teilen. Ja, soziale Medien sind Medien, über die man kommunizieren kann, denke ich mal. Sowas wie Facebook oder WhatsApp zum Beispiel. Also z.B. Internetseiten wie Facebook oder Apps am Smartphone wie WhatsApp. Also soziale Medien sind für mich sowas wie Facebook, WhatsApp, aber auch diverse, ja einfach das Internet im Allgemeinen, also Wikipedia, was weiß ich, was es da alles halt so gibt. Sind sie für dich wichtig? Facebook ist mir jetzt nicht so wichtig, WhatsApp ist mir ziemlich wichtig, weil ich finde, dass man damit gut kommunizieren kann und wenn man jetzt jemanden nicht gleich anrufen will, dann kann man so schreiben, ja. Und verwendest du es oft oder selten? Ich verwende WhatsApp sehr oft, weil ich auch ein paar Freunde im Ausland habe und das geht dann natürlich super über WhatsApp, weil es übers Internet ist, weil telefonieren kann man ja schlecht ins Ausland wegen den hohen Preisen und auch so, wenn ich unterwegs bin. Facebook zum Beispiel eher nicht, aber Apps wie WhatsApp, weil man da eben gratis schreiben kann. Ja, wichtig schon, weil, ja, WhatsApp und Facebook halt zum Kommunizieren, weil es ja doch halt sehr viele Leute gibt, die weiter weg sind einfach. Und Internet für Wissen, weil ich oft keinen Bock habe, in die Bibliothek zu gehen. Ich würde schon sagen, dass sie für mich wichtig sind, wie z.B. WhatsApp, weil ich einfach so in Kontakt bleiben kann, egal wo die Leute sind und ich muss nichts zahlen, weil ich unbegreiftes Internet habe und ist schon sehr praktisch. Verwendest du auch was anderes als WhatsApp? Ja, Facebook, aber nicht mehr so sehr, wie vor zwei, drei Jahren noch. Und was ist besonders wichtig jetzt für dich an WhatsApp? Eben die Tatsache, dass ich mit jedem schreiben kann, egal wo die Person gerade ist, dass man auch in Gruppen schreiben kann und weil es einfach auch Spaß macht. Schreiben. Was anderes auch noch? Ja, ähm, keine Ahnung, Sprachaufnahmen, Bilder schicken, Gruppen erstellen. Ähm, definitiv WhatsApp und Facebook dann. Und was machst du da besonders gern? Ja, mit meinen Freunden kommunizieren und, ähm, ja, z.B. wir haben ja auch so eine Klassengruppe und, ja, da schreiben wir halt dann. Okay, danke. Okay, danke. Dann müssen wir heute mit. Wir sind die Kulturen.